Nicht geschimpft ist Lob genug. Dabei erhöht positives Feedback die Motivation und bestärkt euch in eurem Handeln. Lehrer sind Einzelkämpfer vor der Klasse oder am heimischen Schreibtisch, unmittelbare Rückmeldung, bekommen sie nur selten und wenn, dann ist es negatives Feedback von aufgebrachten Eltern oder unzufriedenen Schülern. Im heutigen Video gebe ich euch 10 Tipps, wie ihr ganz einfach selber für motivierendes Feedback sorgen könnt. Und jetzt geht's los. Nummer 1, regelmäßig Bilanz ziehen. Nehmt euch vor, regelmäßig zum Beispiel am Ende der Woche die letzten Tage Revue passieren zu lassen. Notiert euch, was war gut und was hat in der Form nicht so gut geklappt. Wenn ihr der Meinung seid, zu kritisch zu euch selbst zu sein, macht daraus ein Erfolgstagebuch und sammelt nur das Positive. Nummer 2, Ziele stecken. Anstatt einfach drauf los, weil läuft ja irgendwie, besser feste Ziele setzen. Zum Beispiel arbeiten bis Freitag korrigieren, um das Wochenende frei zu haben oder nächste Woche nutze ich mal bewusst ein neues Tool. Wie eure Ziele aussehen, bleibt euch überlassen. Setzt die Messlatte aber nicht zu hoch, sonst bleibt das gewünschte Erfolgserlebnis aus und ihr setzt euch selbst unnötig unter Druck. Nummer 3, Schülerfeedback einholen. Selten kommen Schüler zu euch und bedanken sich für den tollen Unterricht oder geben Rückmeldung, wenn ihnen etwas besonders gut gefallen hat. Anstatt darauf zu warten, werdet aktiv und fragt doch einfach direkt nach. Das kann auch in regelmäßigen Abständen anonymer folgen. Nummer 4, Feedback der Eltern. Auch die Meinung der Eltern ist wichtig und auch sie kommen nur selten auf euch zu, wenn etwas gut läuft. Dafür umso öfter, wenn es in ihren Augen nicht so gut läuft. Daher versucht zum Beispiel bei einem Elternabend oder dem Elternsprechtag mit konkreten Fragen Rückmeldung einzuholen, ohne dabei die Eltern über ihre Kinder auszuhorchen. Nummer 5, Feedback ordnen. Man erhofft sich ja grundsätzlich positives Feedback zu bekommen. Man sollte sich aber auch darauf einstellen, auch mal Kritik einstecken zu müssen. Wichtig ist es, dass ihr Feedback entsprechend sortiert und richtig einschätzt. Nicht jede Kritik muss auch prächtig sein, dennoch solltet ihr aus jedem Feedback sowohl positiv als auch negativ etwas für euch mitnehmen. Und sechstens, Feedback von Kollegen. Bittet Kollegen, mit denen ihr euch gut versteht und die euch schon lang genug kennen, sich zu erinnern, wie ihr anfangs wahrgenommen wurdet und wie ihr euch seitdem entwickelt habt. Das mag erstmal etwas komisch wirken, die Antworten könnten aber durchaus überraschen. Siebtens, Hospitation. Wenn ihr es ganz genau wissen wollt, wie ihr euch im Unterricht schlagt, geht noch einen Schritt weiter und bittet einen Kollegen, in euren Unterricht zu hospitieren. Die direkte Beobachtung kann euch wertvolle Erkenntnisse bringen. Achtens, Glückstagebuch. Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heiteren Stunden nur. Notiert euch schöne Erinnerungen und besonders positives Feedback in eurem persönlichen Glückstagebuch. Immer wenn ihr am Verzweifeln seid und das Gefühl habt, es klappt gar nichts mehr, werft einen Blick hinein und erkennt, dass eure Arbeit wertgeschätzt wird. Neuntens, ehemalige Schüler. Wenn möglich, stalkt doch etwas eure ehemaligen Schüler, zum Beispiel in den sozialen Netzwerken, und schaut, was aus ihnen geworden ist. Zu wissen, dass ihr einen Teil dazu beigetragen habt, darf euch ruhig stolz machen. Zehntens, Feedback der Freunde. Im Freundeskreis redet man natürlich auch viel über die Arbeit. Fragt doch mal rum, worüber habt ihr euch aufgeregt, was hat sich verbessert, über welche Highlights aus dem Arbeitsalltag habt ihr berichtet. Eure Freunde können eure Arbeit oft auch ganz gut einschätzen und bei ihnen bleibt vor allem eher die positiven Dinge hängen. Bei diesen zehn Punkten stand ganz klar die Selbstbeweihräucherung im Vordergrund. Aber wenn man schon nicht einfach so mal gelobt wird, dann muss man sich sein Lob eben selbst holen. Natürlich ist Kritik auch mal angebracht, denn nur so wird man auch besser. Aber manchmal hilft es auch, einfach mal von jemandem zu hören, dass man die Arbeit gut macht. Sagen euch eure Schüler, wenn ihnen etwas gut gefallen hat, oder müsst ihr um positives Feedback kämpfen, schreibt es unten in die Kommentare. Und das war es dann auch schon wieder mit BetzoldTV für diese Woche. Danke fürs Zuschauen. Jetzt noch Video liken, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Und nächste Woche sehen wir uns wieder. Ich bin der Christoph und Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017